Da sind wir schon unterwegs. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir gar nicht so viele Late Night Folgen bis jetzt gemacht haben? Auf jeden Fall kommt da letztens diese krasse Werbung her. Das erste Mal in fünf Jahren wahrscheinlich, dass mir YouTube etwas anzeigt, was ich brauche. 94, das musst du sofort machen. Das ist der krasseste Deal ever. Also ich so meine Inliner angezogen, losgefahren und am Abend war ich schon angemeldet. Das ist krass. Ein Fitnessstudio, ist das geil. Und das Geilste an der Sache ist, nachts ist überhaupt nichts los. Bevor man mit dem Training anfängt, sollte man sich immer ein wenig aufwärmen. Geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt noch ein kleines Ausdauer-Workout. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Now, some last burpees for Cowglobe. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave. You can feel it when you go to church. You can feel it when you go to church. Vielen Dank.